Herzlich Willkommen zu diesem kurzen Video und zwar am Sonntag kommt kein, am Sonntag kommt wahrscheinlich kein Video, Mittwoch, Donnerstag und so kommt kein Video, weil dann würde ich da drehen, Workstream auf jeden Fall und dann wird vielleicht über nächste Woche oder so ein Video bekommen und Fotos kommen auf Instagram und alle, die ich kenne, schreibe mal Fragen rein, dann kann ich mir Antwort Video machen und dann sage ich tschau